Geh Kram! Schnell runter! Äh, runter! Schnell runter! Au! Versorgung raus, kann mal was sein! Ja! Eine Fledermaus, die mit Steinen nach mir wirkt! Ob mich auch krass tötet! Weg! Weg! Ich will da nicht hingehen! Jetzt nicht aus dem Level raus! Geh erstmal runter! Dann geht es halt hier hoch wieder! Vorher lassen wir um mich da wieder laufen! Vielleicht kann ich! Ja, aber der war! So viele mögliche Wege stehen hier außen! Okay, da wies noch nichts zu Ende! Hey! Hey! Guck dich mit aus! Was? Nein! Geh weg! Go away! Weg! Böse! 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 Geht mir weh! Mittlerweile ist der Leck auch weg! Tja! Jetzt hat sich hier wein! Warte ob ich über die Situation hergegangen bin! Ich hab den Schlüssel bekommen! Jetzt müssen wir bei den ganzen Kausen wieder gehen! und wieder gehen ich hab so schön gewesen das heißt alle die kann ich mal ich wollte meine letzte heilung nicht einsetzen ok, jetzt muss ich super vorsichtig sein so viel zu super vorsichtig das war knapp ok scheiße das war knapp ok wir machen ok ich hab aber gegründet Feuer auf mich schrubben hab aber gegründet gehabt warum nichts? da ist noch ne Deckel so ok ok das ist der ganze Weg genug für eine Truhe? wie viel Geld? oh 1800? oh wo ist denn Geld? dann wird gleich erst mal eingekauft oh eigentlich so, nichts nichts nada weg 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 oh, was fliechen weg 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 So klar, stirbt, ne stirbt davon nicht, davon stirbt es gut. Ein paar High-Items in der Natur, welchem Spiel mittlerweile wieder sehr dankbar. Yes, Level geschafft! Und dann f gh!" Otto, 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 November 1,伤pechern. Dann fährt es an die andere Seite dieses Lallye rein. Wo weg 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 alles greift erstmal kompletten haben sie sich da einfach abgewechselt eben mal hallo kann man alle der reihe nach durch an mich lutschen oder was ja durch mich gelassen lutsch mich aus so langsam wird es mir schon auf den Sack ja komm mach hin bevor die anderen noch kommen ich habe auf dem Schillenfeld gelandet was denn jetzt? ich habe ein Geräusch gelangt muss ich gehen jetzt weiter? was kommt jetzt? oh wie schön, ein riesiges skelett mit der Hand drauf soll ich die Wasser treten ja ja ich habe einen Aufmerksamkeit ja ich habe einen Aufmerksamkeit das ist es auch so Hallo? Hast du irgendwelche Krämpfe, du dummes Skelett? Okay, das wird wieder weh. Ja, sag mal, kann ich die Schlacht irgendwie abwehren? Nein, kann ich nicht. Natürlich, der beherrscht einen Total Ultimate Power Punch, mit dem man mich halb tot schlagen kann und dem ich nicht ausweichen kann. Und nachdem ich vorher von den ganzen Zombies erstmal ausgelutscht wurde. Natürlich. So gefällt mir das Spiel doch. So, probieren wir es nochmal. Erstmal lasse ich mich nicht aus. Am besten schon direkt mittendrin an. Ja, und du noch, und du noch, und du noch, und du noch. Ja, komm, heute ist gratis bei mir. Wo könnte ich Autos nicht hier wollen? Ja, komm, komm. Ja, komm. Ja, komm. Die Zeit wird wieder knapp. Dann machen wir eben Skelette, Freunde. Ah, so. Diesmal habe ich nicht so viel verloren. So, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Morgen geht es dann an dieses riesen Skelett. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Bis dann mal wieder. Ja.